Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bald ist schon Mitte April, höchste Zeit dafür zu sorgen, dass es dann im Sommer, im Garten und auf dem Balkon wieder grünt und flüht. Am besten nimmt man zu diesem Zweck die bewährte Qualitäts-Sommereien vom riesigen Coop-Sortiment. Es gibt über 120 verschiedene Sommensorten, für zartes Gemüse aus dem Garten, aromatische Krüter vom Fenstersims oder eine bunte Blumenpracht aus dem Bett oder vom Balkon. Besonders schön kommt das Saatgut, wenn Sie die Erde nachher rumstechen oder wie hier bei den Saatschalen zusätzlich mit ein bisschen Dorf verbessern tun und auch noch ein bisschen vom entsprechenden Garten-Volldünger in die Erde hineinschaffen. Und wenn Sie dann beim Säen die Anleitung, die auf diesen Briefchen steht, auch noch genau befolgen, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ah ja, übrigens finden Sie in diesen Coop-Samenbriefchen jetzt auch noch solche Stecketiketten mit genauen Angaben über das Saatgut. Diese Stecketikette ist wetterfest, die Schrift verblasst nicht. Und so haben Sie immer eine gute Übersicht vom Saatgut bis zur Blüte oder Ernte. Auch um den Rasen sollte man sich jetzt wieder kümmern, damit er trittfest und satt grün wird. Im Coop-Rasendünger, wo es übrigens auch mit U-Krupp-Vertilger gibt, ist alles drin enthalten für ein kräftiges, schönes Wachstum. Beim Düngen von Hand sollte man übrigens darauf achten, dass man den Dünger gleichmässig verteilt, damit es nachher nicht so wüschte Streifen im Rasen gibt. Am Anfang der Saison oder wenn man später ansieht, sollte man darauf achten, dass man den Rasen nicht zu kurz schneidet. Darum kann man bei allen Rasenmeiern, die es in den verschiedensten Modellen bei Coop gibt, die Höhe genau einstellen. Wer gerne und viel grilliert, für den lohnt sich die Anschaffung von einem soliden Grill oder von einem wetterfesten Gartenschminé, die es übrigens bei Coop Do It Yourself gibt. Noch schnell etwas zum Düngen zum Schluss. Wertvolle Tipps und Hinweise enthalten die Broschüren, die Sie jetzt in Ihrem Coop-Laden gratis bekommen. Der Coop-Coop-Pass von dem Coop-Restaurant hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Hit entwickelt. Und darum gibt es ihn auch jetzt wieder. Lassen Sie also jeden Coop, den Sie in einem Coop-Restaurant geniessen, im Coop-Pass eintragen. Jeden sechsten Coop gibt es dann gratis, und zwar von jetzt an bis Ende Oktober. Wenn jemand von Ihren Bekannten oder aus Ihrer Familie nächstens heiratet und Sie noch ein Geschenk suchen, dann finden Sie sicher das Passende im Coop-Warenhaus. Wie wäre es zum Beispiel mit diesen hübschen Porzellantassen Goldrose? Oder diesen Teegläser mit den versilberten Haltern? Oder einem von diesen eleganten Boutique-Artikeln? Nicht gerade ein Hochsig-Essen, aber ganz sicher auch etwas Gutes gibt es jetzt in der Studioküche. Ein Rezept, das Sie vielleicht noch nicht alle kennen, sind die Kuteln nach Zürcher Art. Ich zeige Ihnen gerade, wie es geht. Zwiebeln und Peterli im heissen Öl dämpfen, Lauch, Riebeln und Champignons dazugeben und nach ungefähr 5 Minuten die Kuteln. Mit ein bisschen Mehl bestreuen und dann mit Bouillon und Weisswein ablöschen. Mit Salz, Pfeffer würzen, ein bisschen Kümmi dazugeben und dann das Gericht 20 bis 30 Minuten auf kleinem Feuerloch köcheln. Ganz zum Schluss eine Mischung aus Rahm und Senf zum Verfeineren dazugeben. Das Rezept für die Kuteln nach Zürcher Art steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und Montag ganze Tag im Teletext, Seite 270. Einen guten. So, wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Anfang. Achtet Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. In allen grösseren Coop-Centern gibt es die pflanzenfreundlichen, asbestfreien Blumenkistchen 60 cm lang zu 8 Franken und 80 cm lang zu 11 Franken 50. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop tiefgekühlte, grillfertige Goldstarr-Boulet, 900 g bis 1300 g schwere, per Kilo statt 6,20 g für nur 4,50 g. Coop-Sonneblumenöl, 1 Liter statt 4,50 g nur 3,95 g. Hirzhüttenkäse, Natür, 200 g statt 1,85 g für nur 1,35 g. Mentadencee, 2 Tauben statt 5,90 g nur 4,80 g. Elmexaminfluor, 2 Tauben statt 5,90 g nur 4,90 g. Golgate, Fluor plus Mineral oder Golgate-Shale, Fluor plus Mineral, je 2 Tauben statt 5,90 g nur 4,80 g. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Tiroler-Cake statt 3,80 g nur 3 Franken. Und ausländische Erdbeere, eine Schale an 220 g nur 1,20 g. Auf Wiedersehen! Untertitelung des NDR 2021